So liebe Leute, letztes Kapitel, letztes Rennen in Touring, Showdown, auf geht's! Ein Rennen in Barcelona. Drei Runden, das ist ein relativ kurzes Rennen. Da wird es eine sehr kurze Folge. Also Alex, wir haben eine fantastische Hauptveranstaltung heute, denn Hammerhead in einem Showdown bedeutet, dass es ein tolles Rennen wird. Und ein V8 Supercar, wie der Ford Falcon, ist perfekt für ein Kopf-an-Kopf-Duell wie dieses. Alles klar, ich denke, uns erwartet ein großartiges Rennen. Wir sind gleich wieder da. Ja, dann auf. Das sind ja nicht viele Fahrzeuge auf dem Platz, ne? Drei, vier Stück. Pass auf deine Scheinwerfer auf, damit sie im Rennen nicht ausfallen. Ja, aber Teamkollegen würde ich jetzt natürlich noch nicht angreifen. Oder auch... Ja, doch, oder? Ne, er lässt sich doch vor... Er wehrt sich noch. Oh, bitte. Das ist doch dein Teamkollege. Ja, ja. Entschuldigung. Scheiße. Na, schön weit zurückgefallen. Nichts ist ein Fehler. Ich sehe, das ist jetzt wieder ein bisschen... So, den haben wir auf jeden Fall geholt. Na, der macht das Zielbereit, dass er sich nicht angreifen kann. Du kommst auf einer guten Position in die zweite Runde. Und da zieht er genau die Lücke zu, dass ich nicht vorbeikomme. Ah. So, da muss ich es jetzt irgendwie ein bisschen rabiater machen. Aber wir sind Teamkollege, jetzt gehe ich mal vorbei. Ich stecke jetzt kaum noch, um mich zu überholen. Ich will jetzt hier wieder zuwerfen. Und dann geht es jetzt hier in die letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Ja, das ist schwierig, auf diese Strecke zu berühren. Also, ich meine spannende Steckke zu berühren. Okay. Ich bin hier in die zwei ersten Stunden. Ich bin hier in die zwei 3-Fahrzeite. spendente. Jetzt angreifen. Schweres Rennomarams geholt. Ah, so einfach war es nicht. Definitiv. Ja, der hat sich in die Runde gefahren. Ich war wieder wegen einem anderen Verteidiger dran. Da kam ich aber noch nie vorbei in dem Auto. Da kam ich nicht vorbei. Die Zone. fast 3 Millionen Quedits schon gut, das haben wir gewonnen Touring haben wir abgearbeitet so, gucken wir mal Stockcard Challenge scheint wohl jetzt das nächste zu sein ja und das sollten wir uns dann morgen irgendwie mal ansehen weil das ist jetzt ja kurz gewesen aber dafür haben wir nicht mal so viel angehabt naja, bis dahin und tschüss